Brauchst du ein Kleid? Kleid Ich brauche ein Kleid. Hemd Das Sakko ist perfekt für das Jobinterview. Magst du das Kleid? Magst Das Kleid Das Hemd ist wirklich elegant. Hallo, hast du ein Kleid? Hallo, hast du? Hallo, hast du? Das Hemd ist wirklich elegant. Das Hemd ist wirklich elegant. Das Sakko ist zu teuer. Sakko Nein, ich mag das Kleid nicht. Nein, ich mag das Kleid nicht. Das Hemd ist nicht schlecht. Das Hemd ist nicht schlecht. Du 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 Brauchst Wirklich Ein Hemd Du Du Brauchst Wirklich Ein Hemd Du. Brauchst. Wirklich. Ein. Hemd. Oh nein, das Kleid ist so hässlich. Hässlich Kleid Magst du das Sakko oder nicht? Magst. Du. Magst. Magst. Du. Das. Sakko. Oder. Nicht. Magst. 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 Du. Das. Sakko. Oder. Nicht. Magst. Magst. Du. Das. Sakko. Oder. Nicht. Mein Bruder sucht. Mein. Bruder. Sucht. Ein. Sakko. Für. Das. Jobinterview. Mein. Bruder. Sucht. Ein. Sakko. Für. Das. Jobinterview. Mein. Bruder. Sucht. Ein. Sakko. Für. Das. Jobinterview. Achtung. 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 Bitte. Achtung. 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 Ja, der ICE ist wirklich schnell. Achtung! Es gibt eine Verspätung. Achtung! S. Eine Verspätung. Der ICE ist schnell, aber teuer. ICE Schnell ist schnell, aber teuer. O. Nein! Es gibt eine Verspätung. Der ICE ist auf Gleis 20. Auf Gleis 20. Ja, der ICE ist wirklich schnell. Ja, der ICE ist wirklich schnell. Der Zug hat Verspätung. Mein Zug nach New York ist auf Gleis 6. Mein Zug nach New York ist auf Gleis 6. Der ICE ist auf Gleis 3. Der ICE ist auf Gleis 3. Der ICE ist auf Gleis 3. Schade! Es gibt heute eine Verspätung. Schade! 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 Es gibt heute eine Verspätung. Schade! Es gibt heute eine Verspätung. Schade! Schade! Es gibt heute eine Verspätung! Schade! 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 Schade!